Hallo, ich bin Carsten auf dem Weg nach Königswinter und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal, ihr werdet wahrscheinlich schon ahnen, warum ich auf dem Weg nach Königswinter bin. Ja, der Timo von Waldkult hat ja zu einer YouTube-Wanderung aufgerufen. Also zu einem Treffen am Drachenfels und da ist ungefähr anderthalb Stunden von mir weg. Und da habe ich mir natürlich gedacht, da fahre ich dann auch mal hin. Ist noch recht früh, bin heute recht früh aufgestanden. Na ja, ich werde jetzt gleich erstmal einen Parkplatz suchen. Fahren Sie 5,9 km, dann nehmen Sie die Einfahrt auf der rechten Seite zur Straße. Ab und zu hat das Navi auch noch was zu sagen. Ja, ich werde mir dann gleich einen Parkplatz suchen und denke mal, dann werde ich mir da nochmal in Ruhe einen Tee kochen, weil ich habe ja genug Zeit. Schauen wir mal. Und wenn ihr Lust habt und heute nicht dabei sein könnt, würde ich sagen, nehme ich euch gleich mit. Bis gleich. Ja, es ist schon ein bisschen später, sind jetzt hier schon am Parkplatz, treffen uns hier. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir hier am Eingang der Drachenfelsbahn. Und es sind doch ein paar Leute geworden. Ja, ich kam extra zu Hause. Und guck mal, wen haben wir denn da? Ja. Nee. Nein, der Eddie, ja. Ja, der Eddie. Ich hab so vieles Wort quasi. So. Wir haben die Wanderung 2017. Ich habe vielleicht noch eine im Sicher geplant, wenn die Russlandkontrolle noch ein Teil sind. Das ist uns auch gut. Ja, aber die sind ja dann. Ich hab so viel Dee-Kart. Aber das ist ja etwas auch. Allzu viel Aussicht haben wir heute nicht, aber den Rhein, den kann man schon sehen von hier oben. Und jetzt sind wir schon fast oben, von hier aus hat man schon einen schönen Blick auf den Rhein. 2-Diesenten 2-Diesenten 3-Diesenten Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und so kommt man hier langsam aber sicher immer weiter dem Drachenfels hoch. So viel Bekloppte mit Kamera hier oben. Ja, und seht ihr da hinten, wie der Rhein glitzert, das ist das Rheingold. Ja, und das ist das Rheingold, das ist das Rheingold. Ja, und das ist das Rheingold. Ja, und jetzt steigen wir erst mal ab ins Nachtigallental. Aber sieht schon toll aus. So, jetzt bin ich wieder im Auto zurück. Wieder auf der Autobahn, auf dem Weg nach Hause. Ich muss sagen, ich habe einen tollen Tag heute gehabt. Ich habe wirklich viele nette Menschen kennengelernt. Viele YouTuber kennengelernt, aber auch selber Abonnenten kennengelernt. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Schöne Grüße an euch nochmal, die ihr dabei wart. Ich kann euch nur sagen, wenn nochmal so eine Wanderung stattfindet, und der Timo hat ja gesagt, er möchte ganz gerne in jede Himmelsrichtung mal eine Wanderung stattfinden lassen. Dann besucht diese YouTube-Wanderung. Okay, ihr dürft nicht allzu kamerascheu sein. Weil gefühlt hatte jeder Zweite eine Kamera hinten in der Hand. Aber das gehört nochmal dazu, wenn viele YouTuber aufeinandertreffen, dass da viel gefilmt wird. Das bleibt einfach nicht aus. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich bedanke mich bei Timo und JB für die Organisation der Wanderung. War echt eine tolle Sache. Wenn es nochmal passt, komme ich bestimmt auch nochmal. Ich würde sagen, wir sehen uns auf YouTube. Danke fürs Reinschauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017